Aber selbstverständlich, selbstverständlich wollen wir die Sache auch sicher gescheitend zu hüten Schau. Die zweite Absperrung ist für euren Schutz und bitte nicht auf das Gelände. Jetzt kann es weitergehen. Die tschechischen Kämpferinnen sind gerüstet. Auch die C und Papp sind wieder da. Und wir machen noch eine Runde. Eine kommt noch gegen vier. Okay, eine kommt noch. Wir haben tatsächlich vier gegen vier. Okay, wir haben ein vier gegen vier. Das Getümmel wird größer. Ich habe das nicht. Nein, nein, nein. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Danke, danke.